Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Lieber nichts Vielleicht hilft dir Daddy Ich helfe dir Au, Sie haben doch gar keine Ausbildung War doch kein Problem Du wirst Susan Johnson heiraten Hallo Arthur Was war das? Ein Zungenkuss Echt? Das war aber ganz schön tief drin, da bleibt er mir die Spucke weg Ihre Mutter lässt bitten Arthur, was verschafft mir das Vergnügen? Ich will Susan nicht heiraten Bitte, dann ist der Hahn zu Bitte, welcher Hahn? Der Geldhahn Ich glaube, ich komme ohne Geld klar Ich bin ein erwachsener Mann und deswegen suche ich mir jetzt Arbeit Das ist kein Widerspruch zu meinem letzten Satz Wir sollten nicht heiraten Das ist eine reine Geschäftsbeziehung Wir haben nicht das Geringste gemeinsam Du liebst Pferde Ich traue ihnen nicht Die tragen immer dieselben Schuhe Stell dir bitte ein Leben mit nur einem Paar Schuhe vor Erfahrung mit Excel? Nein PowerPoint? Nein Safari? War ich schon Aber nur zum Fotografieren auf wilde Tiere schießen, finde ich Ich kann mich doch auch mal um sie kümmern Wie funktioniert so ein Teebeutel? Sei bitte vorsichtig, das Wasser ist zähl Ah, Gott, nein! Heiß Du fließt vor dir selbst, Arthur Schön wär's, ich würde mich nämlich entkommen lassen Aufsetzen bitte Und jetzt sagen sie, wasch dein Schniedel Wasch dein Schniedel Kann der auch Tui? Hopson, wir zwei hängen jetzt ein bisschen ab Ich habe noch nie abgehangen und ich fange heute Abend sicher nicht damit an Hopson Er ist schwach Er ist stärker, als sie glauben Früher haben sie immer gesagt Arthur, du schaffst alles auf der großen Welt Niemals habe ich so geklungen Doch, so ein bisschen schon Und, gefällst dir? Wow, ich bin ein böses Kätzchen So, hör auf! Mein Bag besteht aus Magneten Nimm mich sofort hier runter! Wenigstens findet ich hier irgendwas anziehen Bitterman Wozu rasierst du dich? Weil Robin nun mal keinen Bart hat Ich seh dein Beuchlein Robin Robin 不是 initially allowanna so Amerika Não Er Ich seh. Oder Ich seh. Ich seh. Wenn dir den